Manni Mölk, nach zehn Monaten kommst du zum Comeback. Unerwartet oder hast du auf deinen gezielt hingearbeitet? Ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen unerwartet. Sölden war jetzt nicht leicht in meinem Programm, aber ich habe auch nicht so viel daran gedacht, ich habe versucht, wieder fit zu werden. Und es freut mich besonders, dass es jetzt hier sein kann. Das Training ist gut geworden in den letzten Tagen. Und deshalb habe ich entschieden, einen Sonntag mitzufahren. Was ist denn für dich ein Erfolg am Sonntag? Ja, einfach das Training, was ich zurzeit in Training bringe. In so einer Form. Und ich glaube, das war noch ein grosser Erfolg. Logischerweise wird es sehr, sehr schwierig vorne mitzufahren. Aber ich bin da, um zu vorne auf dem Weg weiter zu gehen. Logischerweise will man das Beste ausholen. Was noch ist, wird man sehen. Schwarze Säume. Ja, schauen wir mal.